Wir stehen heute vor riesigen Herausforderungen. Gerade als wir dachten, die Pandemie könnte vielleicht bald zu Ende sein, begann ein Krieg, mitten in Europa. Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit für große Reformen? Wir können nicht mehr darauf warten, dass etwas passiert. Wir brauchen die Vereinigten Staaten jetzt mehr denn je. Die Mitgliedstaaten blockieren sich gegenseitig bei den wichtigsten Entscheidungen für die Zukunft der Europäischen Union. Mit Vetos in der Außenpolitik oder bei der Rechtsstaatlichkeit kommen wir einfach nicht weiter. Wir müssen jetzt vorspulen in ein entscheidungsfähiges Europa. Fast forward in die Vereinigten Staaten von Europa.